Wir haben es geschafft! Nach fünf Jahren intensiver Planung wird unser Traum endlich Wirklichkeit. Ein Team von zwölf erfahrenen Entwicklern und Internetexperten, die allesamt Brettspiele lieben, hat 17 Monate harte Arbeit investiert und präsentiert euch heute voller Stolz Tabletopia, die digitale Plattform zum Veröffentlichen und Spielen jeder Art von Brettspielen. Es ist der fortgeschrittenste virtuelle Spieltisch in puncto Funktionalität, Ästhetik und Benutzerfreundlichkeit. Wir haben jedes erdenkliche Extra eingebaut, um euch ein Spielgefühl wie am reellen Spieltisch zu zaubern. Gleichzeitig haben wir etliche Extras eingebaut, um euch das Spielen zu vereinfachen. Das Spielfeld aufbauen, Karten geben, mischen etc. Alles in nur einem Wimpernschlag. Das gleiche gilt auch für die Entwicklung deines eigenen Spiels. Es dauert nur wenige Sekunden, um jegliche Spielobjekte von der Standarddruckerei-Grafik in Tabletopia zu kreieren. Ziehe die Dateien einfach herüber, schnappe dir andere notwendige Dinge aus unserer umfangreichen Bibliothek und packe die Objekte auf den Tisch. Dein Spiel ist bereit. Und jetzt teste es. Führe es anderen vor, erstelle Videos oder verdiene sogar Geld mit deinem Spiel. Tabletopia ist ein umfassendes Ökosystem, um digitale Brettspiele zu veröffentlichen. Aber natürlich liegt unser Fokus darauf, Spieler auf der ganzen Welt mit ihren in der Ferne lebenden Freunden zu verbinden oder hier neue zu finden. Und wir sprechen hier buchstäblich von tausenden Spielen und ihren Erweiterungen. Zahlreiche führende Verlage und Spieleautoren sind bereits an Bord. Vom ersten Tag an wirst du jede Menge bekannte Spiele spielen. Und das ist erst der Anfang. Bereits in Kürze folgen weitere coole Eigenschaften, neue Spiele und Millionenstunden an Spielspaß. Also sei dabei, verfolge unsere Seiten und bereite dich auf den Start vor. Tabletopia, die neue digitale Welt der Brettspiele.